Hallo, herzlich willkommen in diesem sehr großen Saal. Wir wollen ein bisschen was erzählen und bevor wir anfangen, erkläre ich vielleicht kurz die Konstellation. Maria Lorenz ist Geschäftsführerin von Pool Artists und Pool Artists betreuen einen Großteil der Podcasts, die wir machen. Also sie betreuen alle und beraten uns mit und schneiden die allermeisten. Das ist sozusagen die Konstellation und ich bin als Redakteurin für Podcasts bei Zeit Online zuständig. Genau und wir wollen das eigentlich am liebsten dialogisch haben, weil ich finde das immer so ein bisschen langweilig zu erzählen. Also wir erzählen vielleicht so 15, 20 Minuten was und genau, dann freuen wir uns auf Fragen und Anmerkungen. Ja, wir haben mittlerweile acht Podcasts bei Zeit Online. Ich nur so ganz kurz gehe es durch, was jetzt, das Grüne. Unten rechts ist der tägliche Nachrichten-Podcast, kommt jeden Morgen um sechs. Dazu reden wir später noch ein bisschen mehr. Dann gibt es eben auch seit Anfang an dabei, also seit eineinhalb Jahren, Frisch an die Arbeit. Das ist links unten das Gelbe, ein Arbeits-Podcast, der im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheint. Dann oben rechts auch schon angesprochen worden, der Sex-Podcast, ist das normal, wo wir mit einer Sexualtherapeutin reden, also zwei Wissensredakteure. Dann gibt es den Wissens-Podcast, Woher weißt du das? Das ist der zweite von links oben, erscheint alle drei Wochen und ist angedockt an Zeitwissen. Dann gibt es den Podcast Servus, Grüzi, Hallo. Das ist ein Transalpiner-Podcast, bei dem also ein Berliner Politikredakteur, ein Österreicher Politikredakteur und ein Schweizer miteinander reden und gucken, was in den drei Ländern so gleich oder auch unterschiedlich läuft. Dann haben wir den schon angesprochenen unendlichen Laber-Podcast, Alles gesagt, bei dem Jochen Wegner, der Chefredakteur von Zeit Online und Christoph Ahmend, der Chefredakteur vom Zeit-Magazin, sehr, sehr lange mit allen möglichen Menschen reden. Und dann haben wir, was habe ich vergessen, Verbrechen. Oben links ein Verbrechens-Podcast, wie der Name schon sagt, von Sabine Rückert von der Zeit, die Kriminalreporterin, die erzählt. Und noch als letztes ist hinzugekommen, unten rechts, die Schaulustigen, ein Fernseh-Podcast von Sophie Passmann und Matthias Kalle. Genau. Das ist so das Portfolio und genau, es ist eben so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten gerne mit einer Produktionsfirma, mit Pool Artists zusammenarbeiten und genau, Maria, du bist schon länger dabei als ich. Du kannst mehr über die Anfänge sagen und wie die einzelnen Formate entstanden sind. Ja, genau. Also ich wurde vor fast genau zwei Jahren eingeladen von schon angesprochenem Jochen Wegner und auch Lisa, die heute hier ist, wurde ich ins Büro gelockt und gefragt, ob ich Lust hätte, Podcasts zu produzieren und wie das denn funktionieren würde, wenn wir zusammenarbeiten. Und das haben wir dann besprochen und ab da hatten wir, glaube ich, ich sag jetzt mal drei Millionen Meetings plus minus fünf, wo tausend Ideen besprochen wurde. Auch so ganz interessant in ganz kleinen Gruppen, in ganz großen Gruppen, dann wieder kleine, dann wieder große und ganz viele Ideen. Und da waren wirklich super, super tolle Ideen dabei. Also Inhalt ist ja kein Problem. Und ich habe dann immer ganz oft gesagt, das geht, das geht nicht. Was? Nein? Vielleicht? Und dann haben wir das so nach und nach aufgestellt. Und was ich gleich von Anfang an so da interessant fand, sind so die unterschiedlichen Herangehensweise an die Inhalte gewesen. Zum Beispiel bei Ist das normal? War so die Person als erstes da, Melanie Büttner, die Sexualtherapeutin, die wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen hat und aber auch tolle Tipps gibt und einfach so einen schönen, breiten Blick auf dieses Thema hat und das auch ernsthaft, aber auch mit Humor und auch einfach eine Hilfe ist. Und die Hörer nehmen das auch total an. Und da gibt es auch einen wahnsinnig interessanten Dialog, der gestartet ist bei Was jetzt? War natürlich klar der Inhalt im Vordergrund. Also da war der Inhalt zuerst ein News-Podcast, war von Anfang an gewollt, so ein täglicher bei Alles gesagt, der zwar erst ein Jahr später gestartet ist, aber die Idee war von Anfang an, da war das Format die erste Idee, dieser Wunsch, dass man keine Zeitbegrenzung hat bei Gesprächen. Diese Zeitbegrenzung oder Begrenzung, die man auch aus Artikeln einfach kennt, da ist es dann die Zeichenbegrenzung, dass die mal aufgehoben wird und einfach mal, weil ab Stunde drei passieren ja erst die Dinge. Und da dieser Podcast bei mir zu Hause stattfindet, kann ich das bestätigen, dass da dann die Dinge passieren. Mit Alkohol. Mit Alkohol. Und diese ganzen Ideen haben wir so ein bisschen auch so aussortiert, dass wir jeden Podcast mal ein Jahr in die Zukunft gedacht haben, gibt es den dann noch? Ist der Inhalt so, dass es den in einem Jahr noch geben könnte? Und dann sind halt die quasi übrig geblieben. Einige Ideen waren von Anfang an da, einige kamen dazu. Ich fand auch immer toll bei Zeit, dass sie sich nicht begrenzt haben. Ist es jetzt jemand internes, der was erzählt? Sind es externe Leute, wie jetzt auch bei Sophie Passmann oder eben Melanie Büttner? Und dann ging es halt an den nächsten Schritt, also in der Formatentwicklung. Was kommt auf uns zu an Logistik? Der Redaktionsalltag darf nicht vergessen werden. Die Leute machen auch noch andere Sachen nebenher und wollen trotzdem, soll es ja auch toll werden und für die Hörer schön. Dann auch so ganz simple Sachen wie, wie kriegt man, das klingt jetzt eigentlich wie ein Witz, wie kriegt man einen Chefredakteur online, ein Chefredakteur Magazin und einen großen Promi zu einem Termin irgendwo hin nahezu unmöglich, wie sie rausgestellt hat. Aber auch das klappt jetzt ab und zu. Oder zum Beispiel ist das normal. Melanie Büttner ist in München. Die Transalpinjungs sind in drei unterschiedlichen Ländern. Also da gab es wirklich für alle unterschiedliche Sachen, womit ich auch schon bei der Produktion bin, die wir für fast alle Podcasts dankenswerterweise übernehmen. Da ging es dann bei, was jetzt war, so ein bisschen die, wie machen wir das, dass wir aktuell sind, ohne dass wir für immer nachts leben müssen. Aber wir wollen unbedingt morgens erscheinen. Da gab es tausend Ideen, die hin und her geflogen sind. Und jetzt ist es ja so ganz international, dass es eine Nachtschicht gibt, die in Bangkok, San Francisco und New York sitzt. Und dann gibt es irgendwie bei, ist das normal zum Beispiel, kann man gut vorproduzieren. Sex ist immer aktuell. Das kann man quasi Termin ungebunden machen. Und Servus, Grüzi, Hallo wird halt einzeln. Jeder klingt anders. Der eine sitzt in einem Raum, wo es jetzt, was mittlerweile sehr geliebt wird. Und am Anfang gab es Schweißausbrüche, weil es immer eine Glocke gab, die bei ihm vorm Fenster losgeht, wenn aufgenommen wird. Und da schneiden wir dann drei Spuren zusammen. Einige Aufnahmen passieren bei mir im Wohnzimmer, einige im Studio bei euch. Andere wieder, da hat dann irgendwer nur, ich bin jetzt zwei Stunden in einem Hotel in Hamburg, kommt vorbei oder es gibt das Interview nicht. Dann fangen wir alle an zu rennen und zu schwitzen. Und das kriegen wir dann auch irgendwie hin. Also es ist wirklich bei jedem, es gibt überhaupt kein Schema F, es ist extrem unterschiedlich. Und deswegen macht es aber auch so Spaß, weil wir immer gucken, dass wir am Ende dem Thema und dem Hörer gerecht werden und nicht irgendeiner Arbeitsstruktur. Ich würde noch ein bisschen was zu was jetzt erzählen, zu unserem Nachrichten-Podcast, weil man da vielleicht so ein paar Sachen, so ein paar Herausforderungen, Maria, du hast es gerade schon gesagt, so merkt. Also in diesem aktuellen, wir wollen aktuell sein. Es ist so, wir sind ein Team von fünf, sechs Leuten. Das sind alles Redakteure mit ganz unterschiedlichem Schwerpunkt. Das ist auch so gewollt. Also es gibt einen Sportredakteur im Team, einen Wissensredakteur. Es gibt Leute mit Politik-Background. Also so ganz unterschiedlich. Und es ist schon auch gewollt, oder wir diskutieren das immer mal wieder intern, wie sehr wollen wir sozusagen, wie sehr wollen wir formatiert sein und wie sehr wollen wir aber auch, dass jeder seine Eigenart hat. Und also insgesamt ist der Tenor, wir mögen das, dass es wechselt. Oder ich glaube, dass es ganz gut funktioniert, dass es so unterschiedlich ist und vielleicht manche Moderatoren bei manchen Hörern gut ankommen und andere eher bei anderen. Genau. Und wir produzieren alles selbst. Also wir arbeiten ziemlich eigenständig. Wir kommen morgens in die Redaktion, überlegen uns welche. Wir haben so zwei Hauptthemen, die wir in Gesprächen bearbeiten und vorne einen Nachrichtenblock. Welche Themen sind das an dem Tag? Und da auch schon merkt man auch eigene Vorlieben so ein bisschen. Also Bundesliga kommt bei mir nicht so oft vor wie bei Fabian oder so. Und genau, produzieren. Also suchen Gesprächspartner, nehmen im Studio auf. Oft ist der Gesprächspartner auch nicht im Studio, sondern am Telefon. Das ist natürlich nicht so schön. Hört man leider manchmal. Genau. Schneiden und genau, machen im Grunde alles, machen den Podcast fertig, laden ihn hoch. Und dann kommt eben die Nachtschicht ins Spiel, die dann vorne den Nachrichtenblock aktualisiert. Und manchmal wirklich so bei harten Nachrichtenlagen, Brexit hatten wir jetzt diese Woche mal, auch ein Gespräch noch selber führen, was dann einfach veralten würde, wenn man das über Nacht nicht aktualisieren würde. Deswegen sagen wir dann immer, Redaktionsschluss ist 5 Uhr morgens und um 6 Uhr morgens geht der Podcast online. Genau, und den produzieren, produziert ihr selber. Da haben wir das so gemacht, also, dass wir bei Pulatis fast alle Podcasts, nehmen wir ja bei euch auf und schneiden die auch und laden die auch hoch. Aber bei dem haben wir damals nach zwei Monaten gemerkt, wenn ich jetzt jeden Tag bei euch in die Redaktion komme, wäre ich wahnsinnig. Genau. Und dann kann auch überhaupt nichts anderes mehr machen. Und da haben wir das dann so gemacht, dass wir so mit Workshops so nach und nach den allen Moderatoren, die das quasi in der Rotation machen, so aufnehmen und eben diesen Schnitt beigebracht haben. Und für den Was-Jetzt-Podcast sind wir nur noch eigentlich beratend da und ab und zu mal so Auffrischungsworkshops und solche Geschichten. Also da sind wir tatsächlich irgendwann aus purer Selbstliebe ausgestiegen, um uns dann auch um die anderen Projekte zu kümmern. Das macht halt auch Sinn, weil man nicht genau planen kann, weil man welcher Gesprächspartner Zeit hat oder ob man eben jetzt, weil irgendeine späte Entscheidung ansteht, dann irgendwie erst mittags reinkommt und bis abends um elf bleibt oder so. Das macht schon irgendwie Sinn, dass man es sich ein bisschen frei einteilen kann. Was wir merken, das war ja gerade auch schon bei den Kolleginnen von SPIEGEL Online Thema, dass wir sehr, sehr viel Feedback kriegen und tatsächlich auch anderes in einer anderen Art und Weise, als wir es in Kommentaren kriegen oder in Mails. Ja, also eine E-Mail, an die ich mich noch gut erinnere, war von jemandem, ich glaube, es war eine junge Studentin, die schrieb so, ja, ich höre ja eigentlich irgendwie keine Nachrichten oder es ist irgendwie so negativ oder es überfordert mich und jetzt gibt es mal so ein Format. Also wir haben alles, wir haben kritische Mails, wir haben positive Mails, wir haben, ja, aber auch dieses Community-Ding, dass Leute uns, wenn wir eine Jahresabschlussfolge machen, einfach nur eine Mail schreiben, um frohe Weihnachten zu wünschen und danke für den Podcast und bis zum nächsten Mal so. Genau, wir hatten einen kleinen Super-GAU, als mal ein Kollege die Ärzte und die Prinzen verwechselt hat. Es gab nie so viele Mails wie an diesem Tag, unverzeihlicher Fehler, aber naja. Was ja auch so lustig ist, dass es bei dem, was ja eigentlich die Themen sind, die euch normalerweise bewegen, dass es dazu dann die meisten Mails gibt. Das geht nicht. Prinzen und Ärzte. Finde ich übrigens auch. Ja, ja, sollte man nicht verwechseln. Jetzt, wo wir hier mal sitzen. Genau, können wir das nochmal klären. Genau, was uns so beschäftigt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich wollte ein bisschen was zur Struktur sagen und dann zur Finanzierung und dann wollen wir natürlich fragen. Okay, dann mache ich es mal ein bisschen schneller. Also genau, was uns beschäftigt ist, dass diese, sozusagen, wir haben angefangen Podcasts zu machen, weil wir gesagt haben, wir finden das super und wir machen das jetzt mal. Und das haben aber alle in irgendeiner Weise obendrauf gemacht auf ihren normalen Job, also die Moderatoren. Und jetzt kommt das so langsam oder manche Leute haben mit einem gewissen Prozentsatz ihrer Stelle zum Beispiel was jetzt moderiert. Und jetzt kommt das so langsam, also ich bin seit Dezember da und nur für Podcasts zuständig, dass sozusagen so langsam die Struktur hinterherkommt. Was uns auch natürlich beschäftigt, ist so das Standing innerhalb der Redaktion. Also ich erlebe da gerade so einen Umschwung, also es haben von Anfang an oder es waren viele Leute aufgeschlossen, aber man merkt schon sozusagen, dass jetzt in den Konferenzen mehr über Podcasts geredet wird oder auch über Videos. Ich glaube, lange Zeit war so der Konsens, man redet halt über Texte und dann wird diskutiert, was jetzt die tollste Reportage war oder so. Und das, ja, ändert sich so, genau. Ich glaube, was vielleicht auch noch ein bisschen speziell ist, ist, dass wir sehr schnell sind, wenn wir was machen wollen. Also bei die Schaulustigen zum Beispiel gab es die Idee und es hat dann von unserem Meeting bis zur Veröffentlichung drei Wochen gedauert. Also genau, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass also der Chef Jochen Wegner selber gerne Podcasts macht, großer Fan ist und dann auch, wenn es nötig ist, sozusagen alle Energie der Redaktion darauf gebündelt wird, um einen neuen Podcast an den Start zu bringen. Genau, Interaktion mit Hörern, das beschäftigt uns auch sehr, also wir beantworten jede Mail, natürlich. Manchmal geht es auch in einen Dialog, wo es so zwei-, dreimal hin und her geht. Genau, sind auch immer am Überlegen, wie das auch weitergeht. Auf so Format an, also beim Sex-Podcast haben die Hörer natürlich einfach echt super konkrete Fragen und aus den Fragen werden auch teilweise Sendungen gemacht, wo die Frage auch vorgelesen oder auch vorgespielt wird, wenn es erlaubt ist. Also da kommt es ja, wie gesagt, so ein bisschen auch auf die Formate an, bei zum Beispiel alles gesagt, gibt es halt höchstens Feedback, wow, euer Ernst oder was, muss ich jetzt meinen Job kündigen, um das zu hören? Aber da wird sich nicht wirklich am Inhalt beteiligt, außer dass uns Gäste vorgeschlagen werden. Aber so, da gibt es schon so die Unterschiede, aber dafür ist es ja auch super. Genau. Ja, dann komme ich mal zum Punkt Finanzierung. Es ist so, wir sind ja im September 2017 gestartet mit drei Podcasts und den ersten Werbespot gab es im Juli 2018, also so ein knappes Jahr später. Das heißt, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis die Vermarktung da angelaufen ist. Das macht unsere Anzeigenabteilung, also die sitzen in Hamburg beim Verlag, ganz normal die Anzeigenabteilung, die eben sonst Printanzeigen, Onlineanzeigen auch machen. Ja, dieser erste Spot, den wir hatten, es war ein bisschen unglücklich, es war für ein Kapitalanlageunternehmen. Und ich glaube, der letzte Satz von diesem Spot war, schon ab 10.000 Euro können Sie dabei sein. Ja, das kam nicht so gut an bei unseren Hörerinnen und Hörern. Also gerade bei was jetzt, die halt... Schnäppchen. Schnäppchen, ja, schon ab 10.000 Euro, dass ich da noch nicht selbst drauf gekommen bin. Genau, die also auch sehr jung sind im Durchschnitt, also wirklich ganz viel studentische Hörerschaft so, die das etwas zynisch fanden. Und außerdem, manche meinten auch, sie fühlen sich sehr alt, wenn sie schon morgens früh auf dem Weg in die Uni an Altersvorsorge erinnert werden. Ja, also genau, das heißt, auch mit sowas experimentieren wir, wir probieren was aus, manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Und genau, wir hatten auch eine große Hörerumfrage, da haben sich so 1.000 Leute beteiligt, das war allerdings jetzt noch vor dieser Werbeanzeige. Aber das heißt, genau dieses Thema Werbung hat uns dann insofern beschäftigt, dass wir einfach diese Mails ernst genommen haben und geguckt haben, was können wir anders machen. Und ja, dann ging es zum Beispiel um Länge, also das jetzt in einem 10 Minuten ist in der Regel unser Nachrichten-Podcast, manchmal 12, dass da jetzt nicht, ja, dass die Werbung eben entsprechend kurz sein muss. Dann haben wir es jetzt inzwischen so als Regel, also zumindest meistens, dass es keine direkte Ansprache gibt, dass wir sagen, also wir sprechen unsere Hörerinnen und Hörer an und alle anderen nicht und müssen das dann irgendwie anders formulieren. Und nicht, sie können dabei sein ab 10.000 Euro. Genau, das sind so Dinge, an denen wir rumprobieren. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, ist so der Konsens, also es muss jetzt überhaupt nicht jeder Podcast Geld verdienen. Manche sind leichter zu vermarkten aus bestimmten Gründen, andere nicht. Wir machen alle, weil wir sie gerne machen wollen und machen das auch weiter. Aber es hilft uns natürlich, den ganzen Bereich weiter auszubauen. Klar, also wenn es bestimmte Podcasts gibt oder wenn irgendwie Geld durch Vermarktung reinkommt, hilft uns das einfach in den Bereich zu investieren. Ja, ich glaube, von meiner Seite aus war es das, Maria, mit den Finanzen aufgehört. Ja, also was wir glaube ich ja auch schon sagen können, das hatten wir auch gesagt, ist, dass noch ein paar mehr kommen, die auch schon geplant sind, die quasi auch schon hinter der nächsten Kreuzung rumhängen im Feed. Und dass ich, ja, also ich bin ja auch ein bisschen Hörer bei euch und finde es halt super, wie unterschiedlich das ist. Und vor allen Dingen auch dieses Rumprobieren, dass man sich das auch traut, finde ich auch total wichtig bei Podcasts, weil da sind wir uns ja glaube ich alle einig, das ist echt so ein besonderes Medium, mit dem man auch liebevoll umgehen muss. Aber ich finde auch, dass es erlaubt sein kann, auch Sachen auszuprobieren, weil man es damit auch gut kann und weil man dann irgendwie so gemeinsam mit den Hörern zusammen da auch so ranfällt. Das ist auch das Schöne bei Podcasts, dass durch diese Community, die entsteht und auch durch die Hörer, die sich zurückmelden, dass man so gemeinsam, dass es auch so ein bisschen mehr Augenhöhe gibt als bei einem Artikel und dass man irgendwie so ein bisschen gemeinsam daran fallen kann, bis es ein Produkt ist, was die Moderatoren und die Hörer super finden. Das begeistert mich immer. Ja, danke schön. Danke auch erstmal an euch beide. Wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten Zeit ebenfalls für Fragen aus dem Plenum. Und da ist auch schon eine. Hallo. Hallo. Also wir haben heute Vormittag schon mal einen Podcast gehabt von einer Person, die bei Zeit Online arbeitet und die gesagt hat, dieser Podcast wäre nicht so geworden, wenn der Zeit Verlag dahinter gestanden hätte. Und meine Frage wäre, wie viel Freiraum hat man denn, wenn man sagt, Podcast, das ist irgendwie was Besonderes, das funktioniert ein bisschen anders als Brin, das funktioniert vielleicht auch ein bisschen anders als klassischer Journalismus oder hat andere Funktionalitäten und wie bewahrt man sich davor, dass der Verlag oder die Redaktion kommt und Sachen verschlimmbessert? Gute Frage. Genau, Vanessa, die du angesprochen hast, ist ja, genau, ist eine geschätzte Kollegin, die auch fast jetzt ab und zu moderiert. Ja, also ich würde sagen, das hängt immer von der einzelnen Idee ab. Ich glaube, wenn eine Idee gut ist und überzeugt, könnte es auch ein kleineres Thema sein. Oder was heißt ein kleineres Thema? Aber also wir haben ja jetzt hier schon so ein paar, also ein paar Themen sozusagen sind ja auch einfach die Ressorts. Also Wissen, Politik, Nachrichten, sozusagen so einen breiten Ansatz, was über einen Ressort oder ein Thema zu erzählen. Ich glaube persönlich, dass auch viel speziellere, ungewöhnlichere Formate möglich wären. Aber ich glaube, es gibt auch bestimmte Sachen, die wir nicht machen würden, weil es sozusagen einfach nicht zur Marke Zeit Online passt oder zur Zeit. Also Sachen, die jetzt zum Beispiel sehr, sehr, also persönlich natürlich schon, aber persönlich im Sinne von, ich kann es jetzt schwer beschreiben, ich kann es jetzt nur anhand von einem Beispiel sagen, eines Pitches, den ich bekommen habe, aber das möchte ich jetzt irgendwie nicht so öffentlich. Das wäre jetzt, genau, aber meintest du jetzt thematisch oder dass Sachen einfach zu, ähm, sehr beschränkt, zu viele Vorgaben. Also ich glaube, Formatvorgaben in dem Sinne nicht. Also ich würde sagen, dass bei Podcasts teilweise eine größere Freiheit herrscht, als wir das bei Artikeln haben. Also wenn es jetzt einen Leitartikel oder einen Kommentar zu irgendeinem Thema gibt, lesen da halt noch zwei oder drei Leute drüber und jeder hat seine Meinung so. Das ist im Podcast tatsächlich viel einfacher oder da wird schon weniger mitgeredet, so. Na, es ist ja auch so, dass, wenn es halt Online-Podcast startet, gibt es vorher ganz viele Meetings und Gespräche und man sitzt in einer Gruppe zusammen und bespricht ziemlich genau, was da passieren wird und welche Ideen man hat und wie der dann aussieht und in dem Rahmen haben die Moderatoren und die Redakteure dann schon eine Freiheit. Also da wird auch nicht jede Folge freigegeben oder so, sondern da gibt es dann schon so ein gewisses Vertrauen. Man einigt sich auf eine Idee, die alle toll finden und mit der man dann losgeht und dann gibt es schon eine große Freiheit und dann kommt das Feedback eher, was ich auch toll finde, innerhalb der Podcaster untereinander. Also, dass man mal sagt, ja, das hätte ich nicht gemacht, ehrlich gesagt, vielleicht so. Aber da wird quasi nicht, also da gibt es schon dieses Vertrauen, dass die Inhalte auch so qualitativ dann hochwertig oder auch vor allen Dingen richtig sind bei Fakteninhalten, dass man da ganz schön gut loslaufen kann so. Zum Thema Finanzierung, du hast jetzt nur über Werbefinanzierung gesprochen, plant ja auch sowas wie ein Abo-Modell, also so wie ich von der normalen Zeit ein Abo abschließe, kann ich dann irgendwann auch ein Podcast-Abo abschließen. Du meinst so für Geld, ne? Ja. Nein. Für Geld, ja. Das planen wir nicht. Okay, dann machen wir erst hier und dann komme ich da rüber. Ihr und auch gerade schon bei Spiegel Online war das ja ein Thema, habt gesagt, dass ihr eine Community aufbaut oder aufgebaut habt, dadurch erreichen konntet. Also ist das jetzt eine Zeit-Podcaster-Community oder Hörer-Community oder auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sozusagen das Medium-Podcast in Deutschland, also aus meiner Sicht jetzt, ich komme so aus der klassischen Podcast-Landschaft oder Welt, dadurch groß geworden ist, dass halt viele Privatleuchte sich hingesetzt haben und einfach ihre Freizeit opfern sozusagen und ein Thema aufarbeiten und sich da so eine Community nicht unbedingt nur auf diesen einen Podcast beschränkt gebildet hat, sondern halt auch eine Community, die, weiß ich nicht, eben die Schnittsoftware macht, das Ultraschall oder so eine Konferenz veranstaltet oder so ein Podstock-Festival veranstaltet, also die irgendwie übergreifend ist über die ganzen Podcasts und wo die Leute sich auch gegenseitig besuchen in ihren Formaten und so weiter. Also meine Frage ist, inwieweit ihr jetzt mit dem Zeit, mit der Zeit-Community da Überlappungen habt mit der anderen Community beziehungsweise halt auch von den Machern her wieder die Kommunikation ist? Also wir haben bestimmte Überschneidungen, ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden, zwischen Leuten, die Podcasts bei uns hören und Leuten, die Zeit online lesen oder die Zeit, aber auch durchaus nicht nur, also zum Beispiel Verbrechen, weiß ich zum Beispiel, dass der Podcast sehr beliebt ist bei Leuten, die sonst gar nicht, also weder Zeit online noch die Zeit lesen. Und die Überschneidungen sozusagen zu anderen Podcasts ist für uns ein bisschen schwer zu messen. Also bei unserer eigenen Umfrage haben wir festgestellt, dass es alles gibt. Es gibt Leute, die sich genau den einen Podcast raussuchen, der für sie interessant ist und es gibt aber auch Leute, die sagen, ich höre alle eure Podcasts oder ich höre die drei Podcasts von euch. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Jedes Thema bringt ja auch so ein bisschen seine Community mit. Also jetzt so ein Podcast mit Sophie Passmann, da kommen natürlich auch nochmal ganz andere Leute und eben auch so ein Verbrechen-Podcast. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, also jetzt untereinander besucht. Bei anderen Podcasts gibt es jetzt eigentlich eher nicht so, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen... Aber würden wir auch machen, wenn ihr uns einladet. Wenn wir euch einladen, kommt ihr auch zu uns. Ja. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Okay, eine schnelle Frage, eine schnelle Antwort. Messen war gerade ein schönes Stichwort. Könnt ihr was zu Reichweiten sagen? Jetzt im Sinne von Zahlen? Nee, leider nicht. Es ist auch einfach so kompliziert und jeder misst anders, dass wir keine Zahl in den Raum werfen, nur dass wir sehr happy sind mit den Reichweiten. Okay, dann war das tatsächlich die kurze Antwort. Vielen Dank an Moina Mayburg und Maria Lorenz von ZEIT. Applaus